Willkommen auf dem YouTube Channel von ATP Autoteile. Heute geht es mal um Kunststoffreparatur. Ich habe mal hier einen alten Scheinwerfer ausgegraben und es geht jetzt hauptsächlich um diesen großen Schaden jetzt hier vorne. Das war mal ein Unfallschaden, aber es geht hauptsächlich Problematik sehr oft bei vielen Scheinwerfern ist mal, dass hier die Halterung mal bricht, wenn man mal den Scheinwerfer zu fest anzieht oder ähnliches. Und wir möchten euch heute im Video zeigen, wie wir halt so eine Halterung reparieren, ohne dass wir jetzt hier den gesamten Scheinwerfer austauschen. Und das Ganze machen wir mit einem speziellen Tool von Vigor Equipment. Das ist hier so ein Kunststoffreparatursatz. Gibt es im Webshop bzw. in der App auch sich zu erwerben. Mit der Fahrgestellnummer bzw. Schlüsselnummer kann man sich die Ersatzteile für euer Fahrzeug raussuchen, aber auch hier so Spezialwerkzeuge ordern, damit ihr dann hier professionell solche Reparaturen durchführen könnt. So, Halterungen lassen sich in der Regel ja auch kleben. Mit einem Sekundenkleber braucht man hier gar nicht dran zu gehen. Sekundenkleber ist sehr brüchig. Zwei-Komponenten-Kleber würde sowas schon eher aushalten und helfen. Aber wenn man es wirklich richtig machen will, gehe ich mal gerne hin und tue hier Kunststoffschweißen. So nenne ich das mal. Mit diesem Tool können wir hier vorerst auch mal so Metallklipse dann jeweils von oben reinschmelzen, sodass das wirklich eine feste Verbindung bekommt. Und dann tun wir jeweils mit hier so verschiedenen Kunststoffmaterialien, PP, PE, ABS, das kommt darauf an, was man halt verwenden möchte. Da kann man halt diese Stäbe holen. Wird dann hier jeweils von vorne eingeführt und dann durch Temperatur schmilzt sich das da hinein. Und dann kann man hier eine schöne glatte Naht hier jeweils so entlangziehen. Und das hält dann wirklich bombenfest. Also das wird auch definitiv auch nicht abreißen. Habe ich schon auch schon öfters benutzt, das Werkzeug. Und es ist wirklich sehr gut. Kommt halt darauf an, je mehr Zeit man verwendet, umso besser ist das Ergebnis. Wenn man es einfach nur irgendwie hart fest haben will, sieht es zwar unschön aus, hält aber. Und kann auch nicht bemängelt werden beim TÜV, weil der TÜV guckt ja auch gerne sich die Scheinwerfer an. Von der Höhenstellung sind die mangelhaft befestigt oder gar falsch geklebt. Hat man vielleicht den Scheinwerfer schief stehen und dann passt die Lichtausweitung nicht mehr. Und dann kriegt man halt auch eine Mängeliste vom TÜV bitte Scheinwerfer zu ersetzen oder den Mangel zu beheben. So, diese Metallklipse werden dann oben da eingesteckt. Das Geile bei diesem Tool ist, man kann sogar verschiedene Winkel benutzen, wie man es gerne ansetzen möchte. Einmal von unten, einmal von der Seite und einmal von vorne. Wir müssen das Ganze hier nach vorne betätigen, gedrückt halten und sobald das Lämmchen an ist, entsteht hier Temperatur. Hier fängt es schon an, minimal an zu rauchen. Und dann hier einmal den Clip festhalten, so gut wie es geht. Und dann brennt sich hier dann einmal das Ganze hier hinein. Kurz abkühlen lassen, gegebenenfalls etwas pusten. Und dann nach oben heraus. Und das jetzt ein paar Mal machen, damit wir hier wirklich eine feste Verbindung haben. Von unten versuchen wir es auch. Wenn nicht, wird von unten nur Kunststoff geschweißt. Und dann können wir hier die Clipse jeweils mit einem Seitenschneider einfach nur abcutten. Ja, wenn man hier erkennen kann, haben wir jetzt von oben jeweils vier Metallverbinder angebracht. Das Ganze versuchen wir jetzt von hinten auch. Wie man sehen kann, ist hier noch ein bisschen Luft. Da können wir etwas jetzt nach hinten drücken, so damit der Rest da schließt. Und dann machen wir genau dasselbe Spiel. Nur hier muss ja auch passen, hier dürfen die halt jetzt nicht komplett durch, weil sonst sind wir halt hinten wieder raus. Also gerade so oberflächlich wirklich ankleben bzw. einschmelzen. Kurz boosten, abziehen. Und das machen wir jetzt auch hier noch zwei, drei, vier Stück maximal. Abschneiden und dann verschweißen wir das Ganze mit Kunststoff. Wie man hier sehen kann, von oben nochmal von unten die Ansicht. Und schaut euch das mal an. Das ist fest. Das ist schon richtig fest. Also ein richtig geniales Tool, um solche Reparaturen durchzuführen, wenn man wirklich mal was beschädigt hat. Denn so ein neuer Scheinwerfer, gut, das ist jetzt so ein japanischer kleiner Scheinwerfer. Könnte man auf dem Show wahrscheinlich hinher geworfen. Aber stellt euch mal vor, also hier die deutschen Fahrzeughersteller BMW, die lassen sich dann halt so ein Scheinwerfer schon richtig teuer bezahlen. Gerade nur weil es jetzt ein Halterungeneffekt ist, kann man die halt wirklich damit simpel kleben. Also das ist wirklich genial. Wir starten mal jetzt einen Seitenschneider und dann tun wir die hier mal so nah wie es geht abkappen, abschneiden. Damit wir dann das Ganze hier dann schön überkleben können. Und dann sollte das Ergebnis positiv ausfallen. So, um jetzt das überschüssige Material noch zu entfernen, kann man sich eine kleine Dremel oder eine kleine Fleckscheibe nehmen. Und die dann hier wirklich noch runterflexen. Und dann ist das wirklich einmal geschlossen oder eben. Und dann müssen wir nur noch die Lücken hier jeweils füllen von diesen Metallverbindern. Und dann sieht das echt wirklich ordentlich aus. So, wie man hier sehen kann, haben wir das Ganze jetzt schon etwas runtergeschliffen. Das ist eigentlich schon fast... Das ist wirklich bombenfest. Also das andere muss man jetzt eigentlich noch nicht mal wirklich machen, außer man will es wirklich noch schön haben. Aber das da ist schon... Das ist wirklich bombenfest. Aber wir füllen natürlich das andere natürlich auch noch vor, indem wir dann jetzt hier unser Adapter hier anbringen. So, dann kann man das hier abdrehen, wie man es möchte. Und durch das Heißmachen hier kann man hier dann die Stelle noch natürlich... Das dauert jetzt kurz im Moment, bis dieser Stapel jetzt hier heiß wird. Aber sobald das Ding hier auf Temperatur kommt, verschmelzen wir das Ganze hier noch ein bisschen Fügel, noch ein bisschen Füllmaterial hinzu. Und dann wird das hier auch wunderschön aussehen. Beziehungsweise... Wunderschön soll es ja nicht unbedingt aussehen, aber es sieht auf jeden Fall dann im Nachhinein besser aus. Wer das hier natürlich auch nochmal schön haben möchte, der muss sich natürlich nochmal dann einen Schleifer an die Hand, einen Dremel oder irgendwas, um das Kunststoff hier dann auch wirklich wieder schön zu schleifen, damit es auch 100% glatt ist. Aber mit dem Kunststoffzusatz hier geben wir einfach nur noch ein bisschen mehr Stabilität, damit der Riss auch nicht mehr aufgeht. Eventuell durch Festziehen von der Schraube ist jedem dann überlassen, wie ihr es gerne hier angeht und handhabt. So schaut das Ergebnis aus. Auch jetzt nicht 100%ig. Wie gesagt, wer es schön haben möchte, der muss es dann mit Geduld machen. Und je mehr Zeit man damit verbringt, mit dem Kunststoffschweißen, desto schöner wird das Ergebnis sein. Jetzt können wir mal hingehen und wirklich mal Härtetes machen, indem ich jetzt versuche das Ding hier abzureißen und gucke mal, wann es abreißt. Also wirklich, und es hängt immer noch, also es ist wirklich extrem schwer, jetzt sowas kaputt zu machen, gewollt wieder. Also sprich, durch das Anziehen wird sowas, so wird so eine Halterung nicht defekt gehen. Also da muss man wirklich schon Gewalt anbringen, sprich, erneut einen Unfallschaden verursachen oder irgendwas machen, damit die Scheinwerferhalter hier abreißen. Geniales Tool, kann ich empfehlen, wie gesagt, super Equipment für den Hobbyschrauber auch zu Hause, wenn man irgendwas Kunststoffschweißen möchte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt uns auf Instagram, Facebook, hinterlasst dem YouTube-Channel auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns dann nächstes Mal, das Team von ATP Autoteile. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.